Also sehr zufrieden. Wir haben als Mannschaft gespielt heute, das hat man gesehen und so langsam wird es, haben wir jetzt den Eindruck. Es war ein schönes Turnier, es hat Spaß gemacht mit den alten Spielern zu spielen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier, wir haben unsere Ziele erreicht, wir wollen den Pokal und den Pokal haben wir und ich glaube, das hat er auch verdient, der Jelil, der hat viel getan und tolle Organisation dieses Turnier mit den Zuschauern, viele Zuschauer, das geht auch um Hilfe, das ist für uns ganz wichtig und im Grunde genommen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ablauf des Turniers. Es war natürlich eine sehr schöne Veranstaltung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn Jelil Moussa ruft aus Hamburg, dann kommen die ganzen Freunde aus Deutschland von überall, ich selber komme aus Mönchengladbach, Freunde von mir aus Schweinfurt, aus München, aus Bielefeld und das ist natürlich eine Ehrensache für uns. Ja, war sehr schön hier aufzulaufen und am Ende natürlich, der Sieg schmeckt natürlich am besten, sicherlich. Ich glaube, die haben uns ein bisschen respektiert an einem Finale, ich hätte ein bisschen mehr erwartet von denen, dass die auch ein bisschen, wie sagt man, so besser spielen, aber die haben sehr gute, ganze Turnier sehr gut gespielt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, dass unsere Gegner im Finale der Wirt, wahrscheinlich die, die waren gekommen im Finale und ich glaube, wir haben gewonnen, aber der Gegner war auch sehr, sehr fair und gut. Naja, im Endeffekt sind das auch nur Menschen, also haben wir versucht, Fußball zu spielen. Am Anfang war es eigentlich gut, sah gut aus, aber dann am Ende haben wir gesehen, dass sie Profis waren, also haben Erfahrung gehabt und deswegen haben sie auch das Spiel verdient gewonnen.